Was geht ab, meine Freunde? In diesem Video klären wir das Thema, was mache ich ab Trailplay Stufe 40. Da ich gestern Level 40 geworden bin und damit auch Balance Stufe 3, möchte ich mit euch die wichtigsten Punkte besprechen, damit ihr bestens vorbereitet seid. Punkt Nummer 1, worauf ihr sehr achten solltet, ist Ressourcenmanagement. Da unsere Charaktere immer stärker werden und immer mehr Mats fressen, könnte das für den einen oder anderen wirklich knapp werden. Deswegen rate ich euch mit Bedacht, eure Energie auszugeben. Dazu kommen wir später nochmal genauer. Aber was ich euch mitgeben kann, ist wirklich die ganze Maps durchzugehen. Ihr könnt erstens auch hier alle Kisten mitnehmen und alle Warp-Sparschweine und des Weiteren sind hier auch, wenn ihr genau schaut, so eine Dinger hier. Dieses Symbol bedeutet wiederkehrende Rätsel. Das könnt ihr, soweit ich weiß, glaube ich, täglich mehrmals machen. Also ich hatte es ja gestern gemacht und heute ist es wieder aufgeploppt, also gehe ich davon aus. Und das gibt euch auch Loot und EXP. Des Weiteren kann ich euch nur raten, diese Gegner hier überall auf dem Map verteilt, täglich abzugrasen, weil die geben euch auch Mats, ohne dass ihr irgendwas dafür ausgeben müsst. Und dadurch farmt ihr auch schon täglich enorm viele Mats. Diese Gegner sollten auch jeden Tag respawn. Die nächste Sache wäre, dass ihr anfangen solltet, zwei Teams zu bauen, also jeweils aus vier Charakteren. Das wird euch ungemein in Endgame helfen, da ihr halt auch in vergessener Halle zwei Teams später braucht, um halt komplett die Stage zu clearen. Und worauf man noch achten sollte, ist, dass man nicht nur sein DPS-Liebe gibt, sondern auch seinen Supporter, weil tatsächlich ist es hier so, dass die Supporter mehr carryen teilweise als die DPS. Also vernachlässigt sie bitte bloß nicht. Was ich euch auch noch empfehlen kann, ist es, alle Charaktere gleichmäßig aufzustufen. Also jetzt nicht nur eine Level 40 und die andere jetzt in meinem Fall Level 60, sondern alle gleichmäßig Level 60 oder je nachdem, wo ihr gerade seid. Und dazu kommt noch, dass ihr auch versuchen solltet, die Charaktere so hoch, wie es geht zu leveln, weil vor allem jetzt in Universum-Simulationen oder woanders, wenn die Gegner stärker sind als ihr, also was vom Level her angeht, dann machen sie auch deutlich mehr Schaden an euch. Deswegen wollt ihr eigentlich dafür sorgen, dass dieser Level-Unterschied nicht so hoch ist. Mehrere Charaktere aufzuleveln hat auch einen Vorteil, allein hier, dass ihr hier Level 20 Breakthrough macht, damit ihr hier auch diesen Free-Pool mitbekommt. Und mit jedem zweiten bekommt ihr hier einen weiteren Free-Pool. Also das ist auch schon eine Motivation, mindestens acht Charaktere zu leveln, damit ihr eure zwei Teams habt. Dann gibt es noch eine Sache, die ihr unbedingt machen solltet und da kommt ihr auch nicht drum herum, nämlich hier die Universum-Simulation. Erstens bekommt ihr durchs wiederholte Machen auch Punkte, wodurch ihr hier mehrere Belohnungen sammelt. Und diese resetten sich wöchentlich. Dann kommt noch die Erstbelohnung dazu und zusätzliche Belohnungen und Immersionsbelohnung. Das ist sehr, sehr wichtig, weil das spielt eine große Rolle bei unseren Relikten, weil ihr könnt nur in die Simulation an diesen letzten zwei Peace-Teilen kommen und diese geben euch halt abgefahrene Stats. Von daher pusht so gut wie ihr könnt, weil es ist auch tatsächlich Buff-abhängig. Wie entscheidet ihr euch mit Buffs und wann setzt ihr welche Skills ein? Das kann teilweise wichtiger sein als euer Team. Und was man noch wissen sollte ist, dass diese Immersionsbelohnungen, diese Relikte, die ihr dort bekommt, auch einen spezifischen Schadensbonus geben kann zu einem bestimmten Element. Ich hatte zum Beispiel Glück, dass ich ein Peace bekommen habe, was auch Quantum-Schaden erhöht und zusätzlich gibt es mir noch Crit dazu. Ich werde noch ein separates Video machen zu Universum-Simulationen, wie ihr da am besten durchkommt, welche Buffs wählt man und warum, welche Teams könnten helfen. Und ich sage euch vor allem hier, bei Welt 5 und Welt 6 habe ich tatsächlich nur gewonnen, weil ich wirklich diese richtigen Buffs genommen habe, die alles gecarried haben. Ich denke, dieser Guide wird in den nächsten Tagen kommen. Seid also gespannt darauf, aber alle, die jetzt Trailblaze Stufe 40 sind, ich denke, dass ihr selber schon relativ weit seid. Dann lasst uns das Thema besprechen, alles rund um Energie. Wo gebe ich das am besten aus und warum? Nummer 1, die erste Priorität sind die Weekly-Bosse. Warum? Nämlich, diese Weekly-Bosse droppen ab Stufe 40 nicht nur diese Matts hier, die man halt braucht für euren Skill-Tree, sondern auch hier legendäre Relikte. Des Weiteren werden diese Boss-Mats unfassbar wichtig, weil ich denke, man kriegt ja nicht nur 2, sondern jetzt ab Stufe 40 3 Stück davon. Werde ich mal austesten, aber ich gehe schwer davon aus, dass man jetzt 2 bis 3 Stück bekommt und nicht nur 2. Und vor allem an Stufe 40 kann man eure zweite Bonus-Fähigkeit freischalten. Ich habe jetzt zum Beispiel Himiko bereits die erste freigeschaltet und hier geht es nun zum zweiten und da braucht man Stufe 40 und auch diese Spuren des Schicksals. Ihr könnt euch dieses Item vorstellen wie eine Krone in Genshin Impact. Das braucht man halt, um halt diese Next-Step-Sachen freizuschalten und die sind wirklich rar. Geht also auch hier bitte mit Bedacht um, welchen Charakter ihr das gebt. Weil ihr seht, man braucht für jeden Charakter mindestens 3 Spuren der Schicksals, damit man auch hier diese 3 Bonus-Fähigkeiten freischalten kann. Die zweite Priorität in meinen Augen, wo man seine Energie ausgeben sollte, sind dann die Relikte. Weil ab Stufe 40 habt ihr die Möglichkeit, auch legendäre Relikte hier zu farmen, ganz normal, je nachdem, welches Set ihr braucht. Ich momentan farme gerade das Feuer-Set und das Imaginaire-Set und das Quantum-Set. Bis jetzt hatte ich in jedem Run mindestens einen legendären Drop, also ich gehe davon aus, dass man schon auf Stufe 40, ja, garantiert einen Legendary bekommt. Aber das muss ich auf jeden Fall noch mehr testen, ich hatte halt nicht genug Energie. Ich bin das 5 Mal gerannt und ich hatte jedes Mal einen Legendary Drop. Dann wäre die nächste Priorität, die ähnlich wichtig ist wie die Relikte, nämlich diese Teile, die ihr durch Immensionsbelohnung bekommen könnt. Das zählt eigentlich auch zu den Relikten, aber ich weiß jetzt nicht, was ich dazu genau sagen soll, weil es sind halt 2 verschiedene Farbenstellen. Diese Immensionsbelohnung würde ich euch raten, mindestens 3 Mal zu claimen, je nachdem, welches Set ihr braucht. Mich persönlich spricht dieses Set mir an, weil ich da halt auch diese Crit-Rate bekomme. Und hier habe ich nochmal die Chance, halt auch noch mehr Schaden auszuteilen. Die nächste Priorität wäre dann hier, die Talent- oder Aufstiegsmats zu farmen. Diese Items droppen in der Regel nicht bei diesen normalen Monstern, die ihr ohne Energie farmen könnt, sondern ihr müsst dafür Energie ausgeben. Erst dann, ihr kauft es direkt aus dem Glutshop oder halt in diesem Weltenshop. Aber irgendwann wird das halt auch nicht reichen, deswegen müsst ihr früher oder später dafür farmen. Und die letzte Priorität in meinen Augen wären dann diese ganzen EXP-Dinger. Es sei denn, genau das fehlt euch. Natürlich, da müsst ihr für euch selber anpassen. Aber so habt ihr schon mal eine grobe Struktur. Was ich jetzt schon fast vergessen habe, ist natürlich auch diese Boss-Mats zu farmen. Ohne diese Mats könnt ihr euren Charakter nicht auf die nächste Ascendence-Stufe bringen. Davon braucht ihr halt auch einige. Diese farmt ihr am besten auch, sobald ihr kurz vorm Aufstieg seid. Dann gibt es noch eine Sache, die die meisten wahrscheinlich noch nicht wissen. Ab Stufe 40 schaltet man eine neue Synthese frei, nämlich die Relikt-Synthese. Dadurch könnt ihr euch eine Relikt aussuchen oder ein Planar-Item, was ihr halt craften wollt. Sagen wir mal, ich wäre ein Körperteil-Craft, dann brauche ich 100 von diesen Relikt-Resten. Diese erhält man unter anderem im Battle Pass oder man verwertet Legendary-Relikte. Ein Legendary-Relikt entspricht 10 von diesen Resten. Bedeutet also, man muss 10 legendäre Relikte verwerten, um 100 von diesen Resten zu bekommen, womit man einen neuen Piece craften kann. Und jetzt kommt das Interessante. Wenn man hier raufklickt, Modifizierte Synthese. Das hat nur das Körperteil und das Fußteil. Kopf ist immer LP-Flat und Hände sind immer Angriff-Flat. Körper und Füße kann man anpassen, nämlich hier. Wenn man da raufklickt, kann man mit diesem Item, was man auch im Battle Pass bekommt, sich für einen Main-Stat entscheiden. Ich würde dieses Item nur für euren DPS nutzen, weil Crit-Rate und kritischen Schaden so selten droppen. Von daher seid sparsam und seid vorsichtig. Nicht, dass ihr euch irgendwie verklickt oder so. Wenn ihr die Selbstformen des Hearts nicht, könnt ihr euch keinen Main-Stat aussuchen und das rollt random dann. Bei den Füßen würde ich entweder auf Angriff oder Geschwindigkeit gehen. Ich würde eher auf Geschwindigkeit tippen, weil Speed unfassbar wichtig ist in diesem Spiel. Es sei denn, ihr habt irgendwie so ein Tank-Counter-Bruiser-Team, dann ist es egal, aber Geschwindigkeit ist key. Und Speed-Drop so selten als Main-Stat wäre also auch eine Überlegung wert. Und sonst, ihr könnt auch diese Planar-Items synthetisieren und die kann man auch modifizieren, wenn man dieses Item besitzt. Und hier kann man das Interessante sehen, bei den Kugeln könnt ihr tatsächlich euren jeweiligen Element, den Schadensbonus, auswählen. Und das ist so wichtig. Von daher wäre das auch worth it, hier reinzugehen, wenn ihr wirklich Pech hattet und kein Planar-Item in Immersionsbelohnung einen Elementar-Bonus droppt. Und bei dem Verbindungsseil könnt ihr auch auswählen, aber das sehe ich hier noch nicht als Priorität wichtiger als tatsächlich die Planarsphäre. Aber jetzt habe ich auch endlich die Begriffe, Planarsphäre und Verbindungsseil. Mann, Mann, Mann. Für die zukünftigen Videos wisst ihr Bescheid, da habe ich einen fessen Begriff hier, sorry. Und dann erstmal die letzte Sache, nämlich hier Einsatzbriefing. Teil 9 ist das letzte und wenn ihr Stufe 40 erreicht, könnt ihr tatsächlich das meiste davon abhaken. Und dann bekommt ihr noch fürs Abschließen ein legendäres Relikt, in dem Sinne diese Handschuhe hier. Und mit Glück habt ihr da gute Stats drauf. Ich persönlich hatte kein Glück, aber naja, ich fahre mir jetzt eh weiter. Und ihr solltet ihr natürlich auch nicht vergessen, die vergessene Halle zu machen, weil jetzt mit Stufe 60 denke ich, dass ihr dann auch mehr schafft. Und ihr solltet ihr natürlich auch nicht vergessen, eure Lichtkegel zu leveln, ja. Und das war es schon mit dem Video. Wenn es euch gefallen oder geholfen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und damit immer keiner kostenfrei. Das würde mich riesig freuen. Und sonst sehen wir uns in den nächsten Videos oder Streams wieder. Bleibt gesund. Bye, bye. Euer Hai. Euer Hai. Euer Was. Vielen Dank.